Ich bin Angelika. Und ich bin Dani. Nein, im Ernst. Ich bin Angelika. Und ich bin Dani. Und wir sind Zwillinge. Vom Sternzeichen und genetisch. Wir sind von Geburt an blind, aber wir haben dadurch keine Einschränkungen. Give me five. Okay, fast keine Einschränkungen. Derzeit besuchen wir den dritten Aufbaulehrgang der VBS Schönmunggasse. Dank der hervorragenden Technologien und der Rücksichtnahme auf unsere Bedürfnisse haben wir im Unterricht keine Probleme mitzukommen und konnten immer sehr gute Noten erzielen. Außerhalb der Schulzeit beschäftigen wir uns besonders mit Musik. Im Rahmen sportlicher Freizeitaktivitäten wie Reiten, Torball, Goalball oder Blindenfußball konnten wir schon diverse Turniere gewinnen und auch einmal den österreichischen Damenmeistertitel im Torball erzielen. Und wenn wir nicht musizieren oder Sport betreiben, verbringen wir gerade Zeit mit Tieren. Am liebsten natürlich mit unserem Kater Cosmo. Das Leben ist schön. Ist ja wurscht. Ich habe gehört, wenn man sich auf den Ellenbogen schaut, trifft man immer.